Girls and Boys it's late life, jetzt live haben wir gesehen. Girls and Boys it's late life, wir haben eine eigene Stimme. Wir holen jetzt noch jemanden dazu, damit wir den Runden etwas vergrössern. Ich habe sie vorher schon angekündigt. Es ist jemand, der selber in diesem Business tätig ist, als Influencerin. Sie ist heute Abend da und wir reden mit ihr über ihre Arbeit, über das Ganze, was sie macht, wie sie es macht usw. Wir begrüssen mit einem grossen Applaus, ich hoffe sie ist hier drin, Nivez Aragoni. Ari! Ich habe deinen Namen bald gesagt. Sie heisst Nivez Aragoni. Ja, hast du meinen Namen überhaupt gelesen? Nein, leider nicht. Ja, es kann passieren, ist wohl okay. Was erlaube ich mir überhaupt? Erlaubst du dir? Yes, Nivez, du bist da, wie geht's dir? Tipptopp, ich habe sehr Erfolg vor, den ersten Tänz. Es hat mega Spass gemacht zum zuhören. Ab und zu so, ich würde jetzt auch gerne etwas sagen, darum freue ich mich, dass ich jetzt da sein darf. Yes, wir fangen gerade an mit deiner Bildschirmzeit. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe das Update nicht gemacht. Das stimmt. Ja, das darf eigentlich gar nicht passieren. Aber eigentlich, es hat ja einen Grund, warum du das Update hast. Ja, ich habe wirklich keinen Witz, so viele Bilder und Videos auf meinem Handy, dass kein Speicherplatz vorhanden ist und ich darum das Update nicht machen kann. Der Struggle ist real. Keine, ist schon voll. Ich müsste irgendwie noch mehr Zusatzspeichel kaufen. Das kannst du dir doch leisten. Das scheisst mich aber an. Komm jetzt. Ja. Ah ja, scheisse jetzt. Neben dem, dass du als Influencer tätig bist, schaffst du ja noch 60 Prozent, oder? Genau. Ich arbeite in einer Social Media Agentur, also es ist ja eigentlich etwas Ähnliches. Wir machen Konzepte für Firmen auf Social Media Werbung zu machen. Es ist aber darum mega interessant für mich eigentlich nochmal die andere Seite anzuschauen und von Kundenseiten. Also ihr seid eigentlich die, die für Jonas Dinnellt machen? Nein. Nein. Wir schauen mal ganz kurz in ein Showreel, wo die Lia zusammengebastelt hat, die ein bisschen zeigt, was du so machst. Cool. Mega schön. Das gefällt mir. Wir wollen mal auf Instagram gehen und dann sehen wir uns. Der Influencer lebt von Realness und darum ist es auch ganz wichtig, dass man das gegen ausserträgt, dass der Follower sieht, dass man real ist, dass man sich eben auch mal ungeschminkt zeigt oder irgendwie auch mal sagt, hey, heute habe ich einen richtigen Scheisstag. Hallo zusammen. Ich bin Nimes und heute reden wir ein bisschen über Beauty Products. Ich habe vor einiger Zeit ein Päckchen bekommen von Gloria und ich habe natürlich alle Sachen getestet, die sie mir zugeschickt haben. Mir ist zum Beispiel mega wichtig, dass wenn ich mit einem Brand zusammenschaffe, dass der zu mir passt, dass ich die Sachen cool finde, die der Brand macht und dass ich voll und ganz das finde ich auch schon. Oh mein Gott! Oh mein Gott, I love it! Könnt ihr noch? Applaus für Nimes, bitte! Es wird unser neues Spruch für den Könnt ihr noch? Das Könnt ihr noch bringen wir dann nächstes Mal, wenn wir wieder Gäste haben. Mega gut! Nimes, wir sehen, du arbeitest mit verschiedenen Brands zusammen in deiner Tätigkeit. Lohnt sich das Ganze finanziell für dich, oder? Verdienst du Geld mit dem? Man verdient Geld mit dem, absolut, aber das steht für mich nicht im Vordergrund. Sondern es soll mir Spass machen, was ich mache und sicher, wenn man dann Geld bekommt, sage ich auch nicht nein. Was ist deine Hauptmotivation, das zu machen? Immer wenn man etwas macht, denkt man so, ich mache das wegen dem und dem. Ich mache zum Beispiel das, was ich mache, eigentlich nur, damit mich eine Person mega cool findet. Und das ist so meine Motivation. Ich frage mich, was ist deine Motivation? Welche Person? Ja, wer? Ich möchte nicht darüber reden, das ist zu privat, ich wollte es nicht erwähnen. Ich mag die nicht. Die geht es ähnlich. Die geht es ähnlich, ich weiss. Ähm, was ist deine Motivation? Nicht nur das, es ist natürlich auch Geld verdienen, natürlich auch ein bisschen Fehmut zu. Das muss man zugeben. Also diese Person auch glücklich macht im Moment, nein. Genau, das stimmt. Wie sieht das bei dir aus, Nibes? Hand aufs Herz. Was sind deine Motivationen, das zu machen? Was macht dir Spass an deinem Job? Ich würde gerne zurückkommen auf das Quote von Robin Rehmann, das ihr da im ersten Teil gezeigt habt. Und es geht bei mir, zum Beispiel jetzt wirklich, ist es so, es geht um den Prozess, um etwas zu kreieren. Ob es jetzt ein YouTube-Video ist, oder ein mega cooles Bild, oder ob man ein freies Projekt macht mit Harem-Make-up-Artists. Wie jetzt da, wo ich gefunden habe, hey, Drag-Queen-Make-up, ich möchte mich mal als Drag-Queen sehen. Und es ist eigentlich, der Weg ist Ziel, sagt man doch so schön. Und das ist eigentlich das, was mir Spass macht. Das Endresultat, das ist dann so, oh cool, ich habe so viele Erlebnisse dann, wenn ich das Bild sehe, oder das Video sehe. Und das ist das, was mich dann eigentlich erfüllt. Rosanne, du schaust so fragend, oder auch sogar ein wenig so als WhatsApp? Ja, ich würde gerne etwas wissen. Also wenn, ich fange vielleicht bei mir selber an. Wenn ich in der Nacht, wenn ich am Abend nicht schlafen kann, wenn ich im Bett liege, und ich bin schlaflos. Dann denke ich, ich rauche zu viel. Oder ich trinke zu viel. Was denkst du so? Ich denke wirklich an Content an. Das wäre cool, das würde ich gerne machen. Oder so etwas wäre auch mega lecker. Aber denkst du nie, wenn ich gehe, ist die Welt nicht besser? Was, sorry? Hast du nie... Den habe ich jetzt hart nicht mitbekommen. Hast du nie... Also was machst du... Was an dem, was du machst, hinterlässt die Welt als besserer Ort, als du sie vorgefunden hast? Mir geht es mehr darum, mich kreativ auszuleben und mich kreativ entzfalten. Und für das, wie jetzt ein Künstler seine Linwand hat, habe ich meine Social Media Plattformen. Aber hast du eine Message? Meine Message? Was ist die Message? Ja, ich habe eine Message und es klingt mega abgedroschen, aber es ist sie wirklich. Eigentlich soll es zeigen so, hey mach das, was dir gefällt und egal was andere sagen. Bei mir ist es halt oft so gewesen, vielleicht ein Plumps-Beispiel, aber doch ein Beispiel, das es gut beschreibt ist. Ich habe immer meine Haare irgendwie bunt färben. Ich habe das immer mega cool gefunden. Und irgendwie habe ich auch mit vielen Kolleginnen geredet und viele so aus, würde ich mich nie getrauen. Irgendwie, weisst du, nachher schauen alle so komisch. Und ich habe irgendwie eines Tages gefunden, weisst du was, ich gehe jetzt einfach machen. Weil sonst scheisse es mich an, wenn ich es nie gemacht habe. Und ja, es gibt schräge Blick. Jetzt gerade in Zürich, ich glaube, wenn ich gewissen Outfits am Paradeplatz rumlaufe, dann gibt es da schon ein paar komische Blicke. Sicher auch kritische oder vielleicht mal einen Spruch. Und ja, da einfach drüber stehen. Das lange Tal wäre es schlimmer, Elwe. Wie bitte? Das lange Tal wäre es schlimmer. Ja. Geh mal mit dem Chocolo Guggolo auf Chur. Der Chocolo Guggolo ist ein Künstlerpartner. Genau. Genau. Der hat gemerkt, ja. Einfach rein von den Kleidern her, hat er dann auch gerne etwas ausgefallene Farben. Und dann, ja. Also kommen wir das mal kurz noch aufmachen. Und nicht nur auf Nives alleine irgendwie zielen. Das wäre nämlich nicht richtig. Man muss an dieser Stelle sagen, wir haben auch andere Leute gefragt. Zum Beispiel Tanja Zeidler und Silvina, ob sie hier teilnehmen würden. Sie haben uns beide abgesagt. Ich finde es mega cool, dass Nives hierher kommt. Auch ein bisschen weiss, so. Ja, die Dudes sind so pseudokritisch. Und dann stellen sie mir irgendwelche Fragen, wo sie sich besser fühlen. Das ist überhaupt unser Ziel. Ich finde es mega geil, Nives, dass du da bist. Ich werde mit Late Life wirklich auch einen Diskursraum machen, wo wir uns nicht irgendwie abheiten, sondern uns versuchen zu verstehen. Und darum würde ich da, jetzt abgesehen von dir, am Beispiel von dir eine Frage an uns alle richten. Wir sehen, wenn man Nives ihre Liste anschaut mit den Konzernen, wo sie zusammen schaffen, dass es doch sehr viele sind, die auch gut zahlen, wo man auch geiler Content zusammen kreieren kann. Gibt es irgendwelche Unternehmen, wo du zum Beispiel sagst, mit denen würde ich auf keinen Fall arbeiten? Ja, die gibt es sicher. Also ich denke, so Schönheitskliniken, so etwas in dem Bereich. Oder Tabak ist auch etwas. Ja, ich denke, solche Sachen finde ich eher schwierig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.